Thema bedingte Wahrscheinlichkeit. Bei bedingten Wahrscheinlichkeiten geht es immer um mindestens zwei Ereignisse. Bei einem Zufallsexperiment. Ich habe mir als Beispiel mal Folgendes ausgedacht. Unter 30-jährigen Deutschen wird eine Umfrage durchgeführt. Das heißt, Personen werden zufällig ausgewählt und danach befragt, was für einen Schulabschluss sie haben. Jetzt interessiert man sich für das Ereignis, die ausgewählte Person hat Abitur. Das wäre jetzt das Ereignis Groß A. Dann wird ein Test durchgeführt und man ermittelt, ob die Person überdurchschnittlich intelligent ist. In einem, sagen wir, Intelligenztest. Das wäre das Ereignis Groß I. Die ausgewählte Person ist überdurchschnittlich intelligent. Das sind also jetzt die beiden Ereignisse in dem Zufallsexperiment Befragung. Ja, immer wenn es um zwei Ereignisse geht, dann lassen sich die Wahrscheinlichkeiten ganz gut darstellen in einer Vierfelder-Tafel. Die habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Also, da tritt auf I und nicht I, A und nicht A. Und ja, gehen wir mal von folgender Statistik aus. Das ist jetzt pure Fantasie. Aber nehmen wir mal an, 12% aller 30-Jährigen hat sowohl Abitur als auch überdurchschnittliche Intelligenz. So, wo müsste man diesen Wert eintragen, wenn er gegeben ist? Hat Abitur und ist überdurchschnittlich intelligent. Ja, das ist natürlich dieses Feld. Denn das steht ja sowohl für A als auch für I. Also, hier die 12%, das wäre jetzt, oder das ist 0,12. Dann ist bekannt, dass, sagen wir, 36% aller 30-Jährigen Deutschen Abitur besitzt. Wo trägt man diese Zahl ein? Ja, bei Abitur und zwar nicht in diesem Feld, auch nicht in diesem, sondern hier in der Summenspalte, also 0,36. Ja, und dann ist bekannt, dass grob 20% aller 30-Jährigen Deutschen überdurchschnittlich intelligent ist. Wo wird diese Zahl eingetragen? Bei Intelligenz. Und zwar nicht hier, nicht hier, sondern in der Summenzeile, also 0,2. Manchen ist das nicht ganz klar. Die würden jetzt zum Beispiel überlegen, ja, muss man es vielleicht nicht hier eintragen, die 0,2, nicht da oben. Nein, denn hier kommen ja wirklich nur die rein, die sowohl überdurchschnittlich intelligent sind, als auch Abitur haben. Aber 0,2 bezieht sich ja auf die überdurchschnittlich intelligenten insgesamt. Also muss es in diese Summenzeile. Wenn man jetzt diese drei Werte hat, dann kann man alle anderen Felder ergänzen. Man weiß nämlich, dass hier immer die 1 steht. Also die 1 steht für 100%, für alle zusammen. Ja, und es müssen die beiden zusammen die 1 ergeben. Also steht hier 0,8. Dann muss hier logischerweise 0,64 stehen. Dann ergeben die beiden ebenfalls 1. So, dieses Feld ergibt sich als Differenz von diesen beiden. Also 0,24. Ja, dann ergibt sich dieses Feld als Differenz von diesen beiden. Und das ist 0,56. Ja, also dann sind die beiden zusammen 0,8. Und dieses Feld als Differenz von diesen beiden. Das ist 0,08. Jetzt lassen sich diese beiden Ereignisse natürlich auch in einem Baumdiagramm darstellen. Und so ein Baumdiagramm möchte ich also gleich mal hinzeichnen. Ich fange mit dem Ereignis I an. Also vom Start weg gibt es die beiden Möglichkeiten I und Nicht-I. Dann zweigt sich von hier aus nochmal das Ganze auf in A und Nicht-A. Und hier natürlich ebenfalls A und Nicht-A. Gut, die Wahrscheinlichkeiten, die jetzt auf diese Äste müssen und die Wahrscheinlichkeiten für den gesamten Pfad, die kann man teilweise aus dem Vier-Felder-Schema herauslesen. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für I. Ja, die steht ja hier als Summe dieser Spalte, also 0,2. Ja, auch die Pfad-Wahrscheinlichkeiten, also hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für I und A zugleich, die ist in diesem Feld, 0,12. Dann von diesem Pfad steht die Wahrscheinlichkeit in diesem Feld, also 0,08. Dann haben wir Nicht-I und A. Das ist dieses Feld, 0,24. Nicht-I und Nicht-A, 0,56. Ja, wie schaut es jetzt mit diesen Ästen hier aus? Manche von euch denken vermutlich, ja, hier muss doch eigentlich, nachdem dieser Ast ja zu A führt, muss hier die Wahrscheinlichkeit für A, also 0,36. Diese Wahrscheinlichkeit muss hier drüber, 0,36. Dickes Fragezeichen dahinter. Ist das richtig? Nein, es ist falsch. Und ja, ich kann es zweierlei, auf zweierlei Weisen begründen. Zum einen, was bedeutet denn 0,36? Das heißt, dass 36 Prozent aller Deutschen oder aller 30-jährigen Deutschen in diesem Beispiel Abitur hat. Aber bei diesem Ast geht es ja nicht um alle Deutsche, sondern es geht um die überdurchschnittlich Intelligenten. Das heißt, ich habe eine ganz andere Basis. Und allein deshalb ist schon die 0,36 natürlich an dieser Stelle falsch. Man kann es auch ganz anders begründen, und zwar kannst du dich an die Pfadregeln erinnern. Du weißt, dass sich diese Wahrscheinlichkeit, also die Pfadwahrscheinlichkeit, ergibt, indem man die Astwahrscheinlichkeiten, die also zu diesem Pfad gehören, miteinander multipliziert. Wenn also jetzt hier 0,36 stünde, dann müsstest du die beiden Werte multiplizieren, also 0,2 mal 0,36, bloß da kommt nicht 0,12 raus. Also nochmal eine andere Begründung, warum an dieser Stelle 0,36 falsch ist. Ja, welche Zahl muss dann hier hin? Wie kommt man zu dieser Wahrscheinlichkeit? Im Prinzip habe ich es ja gerade schon verraten. Wenn man weiß, dass diese Zahl mal diese Zahl 0,12 ist, dann muss ich natürlich 0,12 durch 0,2 teilen. Das Ergebnis ist 0,6. Und das ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit. 0,6. Ja, und warum ich die jetzt rot markiere, hat den Grund, das ist nämlich jetzt eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Und zwar ist es die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung I. Ja, man könnte auch sagen, unter der Bedingung, dass I eintritt. Also, um es nochmal ganz deutlich zu machen. Hier steht die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis I. Hier steht die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis I unzugleich A. Geschrieben als I geschnitten A. Und 0,6, das ist also jetzt die bedingte Wahrscheinlichkeit, so geschrieben, die Wahrscheinlichkeit für A unter der Bedingung I. Und die wird also als Index dazu geschrieben. Die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung I. Ja, und wir haben eigentlich gerade schon die Formel entwickelt. Man kommt also auf die bedingte Wahrscheinlichkeit, indem man diese Unwahrscheinlichkeit durch diese hier teilt. Das ist also die bekannte Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit. Ich schreibe sie nochmal hin. P von A unter der Bedingung I ist gleich, also diese Wahrscheinlichkeit, P von I und A geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von I. Das ist also die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit. Gut, wollen wir es gleich mal anwenden. Gesucht ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für I unter der Bedingung A. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach mal die beiden Ereignisse vertauscht. Gut, manche denken jetzt vielleicht, naja, da müsste doch eigentlich dasselbe herauskommen. Also, wenn ich hier A und I vertausche, dann kommt tatsächlich dasselbe raus, weil, ob ich jetzt sage A und I oder I und A, es ist ja immer dieses Feld gemeint. Okay, das gilt also für das Unterereignis. Kann man hier auch vertauschen? Schauen wir es uns doch mal anhand der Formel an. Also, laut Formel ist es ja die Wahrscheinlichkeit von A und I geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von dem Unteren, also von A. Das ist einfach diese Formel aber eben umgestellt. Und wenn wir jetzt die Werte ablesen, P von A und I, steht hier, also 0,12 geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von A und das ist 0,36. Ja, was kommt raus? Das passt genau dreimal rein, also gekürzt ein Drittel. Tja, und ein Drittel ist nicht derselbe Wert wie 0,6. Jetzt möchte ich noch kurz über die Formulierungen sprechen, denn viele Fehler passieren, indem man den Text bei einer Textaufgabe nicht richtig liest. Wie würde man diese bedingte Wahrscheinlichkeit denn in Worte fassen? Ja, da gibt es unterschiedliche Formulierungsmöglichkeiten, eindeutige und weniger eindeutige. Ich fange mal mit der eindeutigsten an. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand Abitur hat, unter der Bedingung, dass er überdurchschnittlich intelligent ist. Also, das würde man sofort erkennen als Schüler. Bisschen kritischer ist es schon bei folgender Formulierung. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Abitur hat, wenn er überdurchschnittlich intelligent ist. Und die missverständlichste Formulierung, aber korrekt trotzdem, ist folgende. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein überdurchschnittlich intelligenter Schüler Abitur hat. Auch das wäre diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Und das wird eben von der Formulierung oft verwechselt mit dem Unterereignis oder dessen Wahrscheinlichkeit. aber hierfür müsste man sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand überdurchschnittlich intelligent ist und zugleich Abitur besitzt. Und nochmal im Gegensatz, die Wahrscheinlichkeit, dass ein überdurchschnittlich intelligenter Schüler, also es wird vorausgesetzt, dass er überdurchschnittlich intelligent ist, dass ein überdurchschnittlich intelligenter Schüler Abitur besitzt. Also, hier muss man genau lesen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu diesem Baumdiagramm. Ich habe gerade mal die Wahrscheinlichkeiten hier noch ergänzt. Also, immer indem man den hinteren Wert durch den vorderen teilt, kommt man zu diesen Werten. Ja, und ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen, wir haben zwei Äste, die zu A führen, aber da stehen unterschiedliche Werte drüber. Wir haben gesehen, es sind bedingte Wahrscheinlichkeiten und sie hängen ab von den Buchstaben davor, also von dem Ereignis davor, ob es auftritt oder ob es nicht auftritt. Ja, in der Regel, sagen wir mal, stehen hier unterschiedliche Werte, aber es kann natürlich auch möglich sein, dass diese Werte gleich sind. Und über so einen Fall möchte ich zuletzt nochmal mit euch sprechen. Folgendes Beispiel, es geht jetzt um die beiden Ereignisse Kopf bei einem Münzwurf und eins beim Würfeln. Also, im Baumdiagramm mal dargestellt, erstmal betrachte ich den Münzwurf und da gibt es eben die Möglichkeit Kopf oder Zahl. Ich schreibe jetzt mal nicht Kopf statt Zahl und die Wahrscheinlichkeit dafür natürlich jeweils 0,5. So, und jetzt kommt der Würfel ins Spiel und da interessiert mich das Ereignis wird eine Eins gewürfelt? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ein Sechstel oder eben keine Eins die Wahrscheinlichkeit dafür Fünf Sechstel. Ja, und dasselbe habe ich natürlich wenn ich von Nicht-K ausgehe also die Möglichkeit Eins und Nicht-Eins mit der Wahrscheinlichkeit Ein Sechstel beziehungsweise Fünf Sechstel. Ja, hier steht auf den Ästen oder über den Ästen die zu Eins führen dieselbe Wahrscheinlichkeit. Womit hängt das jetzt zusammen? Hier gleich und hier ungleich. Naja, du hast es vermutlich schon erkannt. diese beiden Ereignisse K und E die sind voneinander unabhängig. Anders ausgedrückt für das Würfeln ist es völlig unerheblich, was beim Münzwurf vorher rauskam. Es spielt keine Rolle, es hat keine Bedeutung. Man könnte auch sagen, die Wahrscheinlichkeit von E unter der Bedingung K ist eigentlich dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit von E und zwar ganz unabhängig von einer Bedingung. Ja, in diesem Fall also jeweils ein Sechstel. Das hier bedeutet nichts anderes als dass die beiden Ereignisse stochastisch unabhängig voneinander sind. Also das bedeutet K und E sind stochastisch unabhängig. Während sie hier abhängig voneinander sind, was man daran sieht, dass die beiden Werte eben ungleich sind. Ja, auch wenn vielleicht die Unabhängigkeit gerade noch gar kein Thema ist, aber ich finde es passt logisch ganz gut dazu und ich hoffe, du hast es auch nachvollziehen können. Die bekannte Formel für Unabhängigkeit lautet übrigens, also jetzt mal mit den Buchstaben K und E ist gleich P von E ja, also machen wir es mal der Reihenfolge nach P von K mal P von E und wenn du dich jetzt fragst wie kommt man denn von dieser Zeile zu dieser also die ergibt sich ganz logisch daraus dann kann ich dir das verraten du musst nur für diesen Ausdruck hier die Formel verwenden und dann mit dem Nenner multiplizieren und dann bist du schon bei dieser bekannten Formel für stochastische Unabhängigkeit also die wird meistens verwendet ja und ich hoffe dass es einigermaßen logisch für dich rüber gekommen ist und jetzt viel Spaß bei den eigenen Übungen